Hallo, von mir werdet ihr heute nichts mehr hören. Ich bin fleißig am Ela-Launch vorbereiten. Ich habe auch Rezepte gekocht, passend in den Ela-Farben. Wir hatten eigentlich mal zehn Stück davon, die sind jetzt schon alle weg. Das sind so ganz cremig, weiche, zarte Kokosberge in den passenden Farben von den Produkten. Das kommt dann alles morgen online in der App. Und dann geht's los. Ich bin schon aufgeregt. Wie kann ich euch immer noch aufgeregt sein nach all meinen Sachen, die ich schon gemacht habe? Es ist 2.48 Uhr und ich bin nicht bereit.